Guten Tag, mein Name ist Brotke. Ich hätte ganz gern Marianne Hitzler gesprochen. Ah, die ist am Telefon. Wer ist denn da? Frau Hitzler, ich melde mich vom Automobilservice bei Ihnen. Es geht um Informationen über Kosteneinsparungen rund ums Autofahren. Ja? Ist denn schon repariert jetzt? Können wir es wieder abholen? Nee, ich melde mich nicht von der Werkstatt. Ich melde mich vom Automobilservice. Wir haben aber ein Vorteils- und Sparprogramm für Autofahrer. Ah, ja? Wir erhalten Sie da über unsere Service-Card 40% Rabatt auf alle Ersatz- und Verschleißteile. Das geht von Bremsen über Kupplung bis zum kompletten Austauschmotor, Reifen, Felgen, also wirklich alles gehört dazu. Ah, ja, für die Werkstatt oder nicht? Ja, also Sie haben da verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie in eine Werkstatt gehen, nehmen Sie natürlich die Werkstatt Ihrer Wahl, legen dort ganz einfach unsere Service-Card vor und die Werkstatt besorgt Ihnen die Teile, die benötigt werden, dann über uns direkt vom Hersteller. Ah, das ist ja super. Das heißt, es wird dann günstiger oder was? Auf jeden Fall 40%. So viel? Wie geht denn das? Ja, 40% aus Material. Ja, weil wir grundsätzlich mit den Herstellern ab Werk zusammenarbeiten. Also das heißt, die ganzen Zusatzkosten, die normalerweise entstehen durch den Großhandel, Versandgebühren und so weiter, das fällt alles weg. Also so kommen die 40% zustande. Ha! Ja, und Sie haben aber auch die Möglichkeit, wenn Sie selber etwas am Fahrzeug machen können oder Sie hätten jemanden im Verwandten oder Bekanntspreis, dann können Sie die Teile übers Internet bestellen, bekommen die Teile mit denselben Rabatten dann versandkostenfrei nach Hause oder an Ihre Wunschadresse geliefert. Ah, das ist ja großartig, weil mein Sohn, der kann schon viel machen am Auto. Jetzt hätten Sie uns Scheiben nahe geschmissen, der hat Werkstatt machen müssen. Ja, okay. Das Gesindel, das Blöde, hätten Sie uns Scheiben nahe geschlagen. Ja, ist natürlich ärgerlich. Ah ja? So etwas Kriminelles habe ich in meinem Lebtag noch nicht gesehen. Ja, okay. Ja, aber wie gesagt, Sie haben die beiden Möglichkeiten. Sie suchen sich eine Werkstatt oder wenn Sie selbst etwas machen können, dann bestellen Sie es einfach übers Internet. Nein, das muss dann mein Sohn machen. Ich kann sowas nicht. Ja, okay. Das kann ja dann auch Ihr Sohn gerne machen. Ja, das ist ja großartig. Ah nein, der kann das. Der hat das gelernt. Der ist jetzt bei der Bundeswehr. Ah, super. Ja, okay. Gut. Ja, ich wollte sagen, wir haben aber auch zusätzlich im Programm den Tankrabatt. Das heißt, Sie können ab sofort Tankbelege sammeln. Von uns bekommen Sie dann 5 Cent pro Liter einmal im Jahr direkt auf Ihr Konto gutgeschrieben. So viel? Das Schöne ist, ja, das Schöne ist auch noch, Sie haben die völlig freie Wahl. Also ganz egal, wo Sie tanken, jeder Tankbeleg zählt. Sogar innerhalb von ganz Europa. Ah, das ist ja klasse. Der garstige ADAC, die geben einem ja nur 1 Cent pro Liter. Richtig. Das ist bösartig. Da wird Ihnen die Tankstelle aber vorgeschrieben. Da müssen Sie dann bei Shell tanken oder... Ah ja. Und bei uns, deshalb machen wir es über die Tankbelege, ganz egal, wo Sie tanken, von uns bekommen Sie immer die 5 Cent pro Liter Rückerstattung. Ah, das ist ja... Muss da mein Name draufstehen auf den Belege? Nein, nein, nein. Ah, das ist super. Mein Cousin arbeitet bei der Tankstelle. Das soll der mir die ganzen Belege mitbringen. Ja, selbstverständlich. Sie können auch super mischen, ne? Also, falls Sie da im Umfeld jemanden haben, der dann Diesel tankt, Superbenzin, Autogas, also ganz egal, was... Ah ja. Ne? Okay. Das kann doch nicht nur ich machen, das können auch andere machen. Ja, also, die Angehörigen dürfen mithelfen beim... Ah ja, das sage ich morgen gleich im Pfarrer. Das ist ja super. Ja. Ah ja. Also, ich schicke Ihnen auch gern mal zur Ansicht unsere Unterlagen zu. Sie sollten aber natürlich jetzt vorher auch noch wissen, was die Mitgliedschaft betrifft. Da hat sich nichts geändert. Es wird in Zukunft auch genau dabei bleiben. Es sind nur 9,95 Euro im Monat. Die Mitgliedschaft geht dann über 24 Monate. Wenn Sie in dieser Zeit nämlich zum TÜV müssen, übernehmen wir sogar nochmal 20 Euro der TÜV-Rechnung. Ah, das ist ja super. Aber wovon lebe Sie denn, wenn Sie das ganze Geld verschenken? Ja, nein, wir verschenken es ja nicht, Frau Hesla. Ah doch. Wir haben den Beitrag. Das sind eben die 9,95 Euro monatlich. Ah, das habe ich ja mit einmal Tankeschuhe wieder raus. Das kann sich doch gar nicht lohnen. Doch, natürlich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Sonst gäbe es uns nicht schon so lange. Ah, doch um Frage, ja. So lange schon? Gab es da überhaupt schon Autos damals? Seit 1958, ja. Da gab es schon Autos. Ah ja, okay. Das ist ja doch so lange her schon. Okay, also dann schicke ich Ihnen, wie gesagt, gern mal unsere Unterlagen zur Ansicht zu. Ah, steht da noch was anderes drin, als was man jetzt schon geschwitzt habe? Ja, selbstverständlich. Ah, was denn noch? Da finden Sie dann auch all unsere Standardleistungen mit aufgeführt, selbstverständlich. Damit meine ich jetzt sowas wie den Schutzbrief, zum Beispiel Krankenrücktransport aus dem Ausland und so weiter. Unfall- und Pannenhilfe rund um die Uhr. Sogar Verkehrsrechtsschutz ist automatisch inklusive. Ah, noch? Alles ist ja klasse. Und was das Ganze noch interessanter macht... Also wenn Sie mich abschleppen, dann kann ich euch anrufen. Ja, selbstverständlich. Ah ja. Dafür sind wir ja ein Automobilclub, ne? Ach so. Ja, das habe ich jetzt erst einmal gehört. Wundere mich schon. Dachte, das ist ja jetzt ein Anwalt. Nein, nein, nein. Die mag ich nämlich gar nicht leide. Nein. So Verstolene. Wie gesagt, ein Automobilclub. Ja, das ist gut. Ja, dann schicke ich Ihnen gern mal die Unterlagen zu. Ungefähr in einer Woche sind die dann bei Ihnen. Ja, aber da ist dann ganze Familie drin, oder was? Es ist ein Familienpaket. Das bedeutet, Lebenspartner und Kinder bis einschließlich 23 können die Leistung alle mit beanspruchen, egal um welche Leistung es sich handelt. Ja, müssen... Und die weiteren Angehörigen ersten Grades können die Rabatte mitnutzen und beanspruchen. Dazu zählen dann auch Eltern, Geschwister und erwachsene Kinder, sogar wenn sie nicht im selben Haushalt leben. Ah, das wollte ich jetzt gerade fragen, weil mein Sohn, der ist in Mali. Das heißt, er kann das auch machen. Ähm, Mali zählt aber nicht zu Europa, ne? Nein, aber der ist da ja stationiert. Das ist ja ein UN-Mandat. Ja, aber unsere Leistungen gelten innerhalb von Europa. Ah ja. Und das gehört Mali nicht dazu. Ah ja, gut, dann geht das halt nicht. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber wenn Ihr Sohn dann wieder hier ist, dann kann er selbstverständlich auch die Rabatte nutzen. Ah ja, aber die Tankrechnungen, die müssen auch aus Europa sein, oder? Ja, innerhalb von ganz Europa. Also wir haben Mitglieder, die wohnen grenznah. Dann wird auch getankt in Polen, Tschechien, Österreich, Luxemburg. Also ganz egal, jeder Tank belegt zählt. Ah, das ist ja groß. Da gibt es da ein Limit. Ähm, also es sind 5 Cent pro Liter. Ja. So 500 Liter einmal im Jahr direkt aufs Konto. Ah ja, also gibt es ein Maximum. Gibt es das auch bei der Ersatzteile? Nein, da können Sie, so viel Sie möchten, können Sie die Teile dann bestellen und nutzen. Aber das ist vom Polenmarkt, oder muss das offiziell sein? Da gibt es kein Limit. Also wie gesagt, Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder übers Internet oder Sie suchen sich eine Werkstatt. Aber das muss eine deutsche Firma sein, oder? Nein, das spielt keine Rolle. Also wenn Sie übers Internet bestellen, dann suchen Sie sich natürlich selber die Teile aus. Ja, ja. Und ab den Hersteller. Ja, aber wenn es das jetzt nicht gibt, dann darf ich das auch in Amerika bestellen, oder nicht? Also Amerika funktioniert nicht innerhalb von ganz Europa. Ja, das wollt ihr doch mal wissen. Ob das da auch gilt bei den Teilen? Na ja, was muss ich jetzt machen? Also, ich wollte gerade sagen, wenn Sie die Unterlagen dann erhalten haben, das ist wichtig, wir könnten Ihnen erst 14 Tage nach Erhalt der Unterlagen eine Mitgliedschaft bei uns einrichten. Sollten Sie sich für die Mitgliedschaft entscheiden, dann können Sie aber ab diesem Zeitpunkt direkt loslegen mit dem Sparen und alle Leistungen in Anspruch nehmen. Habt ihr auch einen Mechaniker, wenn das Auto-Liege bleibt? Ja, wenn Sie irgendwo liegen bleiben, dann wenden Sie sich an die Pannenhilfe. Die Kollegen schauen vor Ort, ob der Schaden direkt behoben werden kann. Wenn nicht, sagen Sie, was mit Ihrem Fahrzeug passieren soll. Ob Sie es dann in Ihre Wunschwerkstatt haben möchten oder nach Hause vor die Tür, wie Sie das möchten und Sie bekommen in einem solchen Fall dann von uns ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellt. Auch noch? In Ihrer Größenordnung. Ja, dafür zahlen Sie ja den Beitrag. Also, ich habe geschenkt. Okay. Ja, gut, Frau Hitzler, dann nehme ich gerne mal Ihre Daten auf. Möchten Sie sich denn zuvor eventuell auch meinen Namen notieren, dass Sie wissen, mit wem Sie gesprochen haben? Nein, kann man das eh nicht merken. Ich bin Alzheimer. Ah, okay, Sie haben Alzheimer. Alles klar. Frau Hitzler, dann bedanke ich mich für das nette Gespräch. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja, wann geht das jetzt los? Da hätte ich vielleicht doch noch einen Moment warten sollen mit dem Alzheimer. Ah, was die einem für einen Humbug erzählen. Und dann ganz erst so im Hinterher kommt dann so dieses ganze Jahr. Nur 500 Liter, das sind dann 25 Euro im Jahr. Und natürlich, klar, dürfen Sie Tankbeläge sammeln, die Sie irgendwo an der Tankstelle finden. Und ja, Ersatzteile, alles egal, überall, aber nur in Europa. Und die meisten Hersteller ja gar nicht mehr in Europa produzieren, glaube ich. Frag mich nicht. Blöd, die sind so alt wie Kai-Uwe Mayer und die gibt es immer noch, diese Figuren. Schämt euch.